Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia und ja, ich bin etwas leiser, damit es hier ein bisschen spannender wird in diesem Let's Play, weil wenn ich jetzt die ganze Zeit so fröhlich anfange, wird es ja langsam langweilig, ne? Ja, also, ich entschuldige mich nochmal für den Jumpscare in letzter Folge, da habe ich ja euch richtig aus den Hockern geschubst, mit dem Jumpscare wird auf jeden Fall nochmal vorkommen, ich finde es so lustig, wie sich dann alle schreiben, da fuck, okay, jetzt muss ich ein bisschen lauter wieder reden, weil jetzt ja das Spiel anfängt und ich an das lauter reden soll, sonst hört ihr mich ja nicht, deswegen Fangen wir einfach mal direkt an Alles klar Okay Direkt kriegen wir eine Batterie Schade, dass man sich hier nicht verstecken kann, irgendwie Man kann nur höchstens die Taschenlampe ausmachen Scheiße Fuck 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 Ganz, ganz leise Vielleicht hört ihr uns nicht? Oh, perfekt Leute, wisst ihr was? Ganz Ey, sorry Leute, aber das musste gerade wieder sein, ich habe euch mal wieder so richtig aus dem Hocker gehauen So Schlüssel haben wir jetzt bekommen Und noch ein paar Batterien So Und man kann das nicht öffnen, okay 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 Ich bin gerade richtig gut, aber ich höre ihn wieder. Er ist wieder im Gang. Und zwar direkt links neben mir. Scheiße. Oh fuck. Fuck. Fuck, habe ich gerade Schiff. Alter. Oh shit. Ey, ist er das? Ey Leute, es tut mir übelst, dass ich euch so einen Schrecken anjage, aber es muss sein. Scheiße. Oh fuck, ich höre ihn auf dem linken Ohr, der ist direkt links neben uns. Fuck nur noch eins. Perfekt. Oh, geil. Boah. 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 Alter, was für Hure und Söhne. Boah. Bisschen Werbung hier zeigen, nehme ich überhaupt noch auf. Ja, ich nehme noch auf. Loll, das war schon. Okay, ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann sehen wir uns gleich in dem nächsten Horrorspiel wieder. Bis dann Leute. Ciao.